Ey gehts los oder was? MAH! Ja geht los! Doch! Ist eh noch live, solange hör ich das Lied an. Ja okay... Lass mich bitte ganz kurz singen Jungs, ich bitte euch! Man, nein ich bin gerade schon... Doch sing, Alter, go! Hab den Fokus, Bruder! Sing, Nico! Ja warte, ist noch ein freier Beat! Zwei am Hitz. So schlecht gesungen, deswegen haben wir verloren. Wie soll man sich denn dabei konzentrieren? Wie kann man denn so eine schlechte Stimme haben? Die war echt gut. Das war echt gut. Ich hab meinen Kill gemacht. Egal, auf geht's boys. Let's go. Wartet kurz, dass er deinen Posi annehmen kann. Die Bombe nimmt Max. Max, du legst zwischen den gelben Tonnen. Du schaust erstmal für dich so und dann rennst du halt zwischen den gelben Tonnen, wenn es das geht. Wer hat Bombe, Max? Nimm mal. Ja, tüllo, hallo. Give it to me, boy. Wartet hier ganz kurz, haben die vorlaufen. Oh, ja, das war auch schon. Egal, weiter. Komm, Gas, Gas, Gas. Tapsen hinter mir. Ja, ich hab's doch. Flash, Nico. Ist, ist doppelt. Hinter der 6, hinter der 6, den hast du. Nein, hab ich nicht. Hinter der 6, tapsen. Auf den Spot. Keine Aufwahl. Keine Aufwahl. Ich bin einfach zu wegen. Nein, nein, nein. 3 auf Spot, schon. Eeeeee. Eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, klar, ich weiß nicht. Also theoretisch, ich glaub deine Flash kam halt niemals zu spät. Deine Flash hätte hinter dir wegflaschen. Nein, Martin. Deine Smoke war schuld. Meine. Meine. Ja, deine Flash. Meine wegflaschen. Wie war das? Alle, 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 alle. Ich bin auf die wegflaschen nicht gelaufen. Ich bin Degel. Ich auch. Also das glaub ich dir. Ich muss glaub ich meinen Gewinnerpulli anziehen. Mir ist kalt. Machen wir jetzt. Ja. Irgendwie V250. Probiert. Und die Leute zu naschen. Ich bin voll. Ja. Einer war getride. Einer hält am Pop. Ich bin im Pop. Noch einer B. Noch einer B. Okay, chill mal chill mal chill. Wollen wir jetzt KG gehen? Ja. Wenn wir schnell genug sind. David mit low AP Pop. Okay. Ich hab auch low, aber egal. Du bleibst auch da, ja. Wir gehen zu den anderen 3 gegen KG. Die anderen 3 KG. Komm, wir chillen ein bisschen. Pass mal auf, wenn ich das kleine ranpuck. Scheiß drauf, wir laufen einfach. Ach. Wenn wir das hören, haben wir Pech gehabt. Aber... Nein, nein, ihr seht hier nicht im Pop. Wartet noch. Wir müssen erstmal KG vorne gucken. Ey, seht ihr die Runden seit? Ich seh die gar nicht. Ja. Katastrophe. Rechts. Go, verliegt Pop raus. Er ist rechts. Warte hin. Noch einer links. Link in den. Immer noch gut. Spot. Spot einer. Richtig um Themen zu Spot. Immer noch Richtung Themen zu Spot. Ich guck mal, wo ich jetzt die Runden leise sehe. Das sind ein bisschen 8. Äh, doch. Jetzt geht's. Are you ready? Martin, warte, bitte. Ein kurz. War Eco-Round oder was? T-Spawn-Round. Nee. Ah. T-Spawn-Round? T-Spawn-Round? Achso. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß. Das tun sich eigentlich nur, wenn du die erste gelegt hast. Ja. Dann haben die halt wenig Geld. Keine Awe. Ja. Das mal lieber nicht machen. So, schon da. Ja. Was machen wir? Wollen wir noch mal gucken, wie der KG spielt. Der KG hat geschließende Säle. Ja. Wir gehen noch mal zurück. Warten. Ähm. Max, mal T-Mitte. Und wir spielen jetzt einfach diesen Split durch, so wie wir sonst auch machen. Bloß jetzt mal als Sparung. Schauen einfach mal, wo die stehen. Einer MTW, glaub ich. Ich bin halt am... Ja, dann gehst du halt Pop statt David. David ist ja hier bei uns. Ja, ja. Bist du bereit in der T-Mitte so? Ja. Wir machen jetzt KG. Einer hinterm Pop zugs. Echt? Echt? Bist du bereit in der T-Mitte so? Säle. Einer auf der 6. Der hat low. Einer Schott. 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 Auf geht's. Rrmmbambam. Alter, ist mir kalt, ey. Shit, Nico. No arme. Ich hab arme. Okay. Also machen wir jetzt KG, das, was wir da... Zu dritt? Oder zu zweit? Zu dritt. Okay. Wir probieren dann auch KG vorzüchten. Ich bin erst mit und da wird's ja. 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 Der deckt... Also ich... Der hat grad von nem 6er gedeckt. Soll ich dich ab'n, Nico? Ne. Mach einfach einen Step. Das ist die Bombe, man. Varao, ja. Kann nicht, der Varao. Zwei Leute, einer links oder links. Die der links hat. Ich kann durchsehen, jetzt nicht mehr. Ich nade. Zwei Leute. Pass auf. Tief. 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 Der ist einfach durch das Maul. Dass ich die aufbeziehen könnte. David. Wenn du dir das end-Posit hast, darf ich einen Glied töten. Wieso, wenn der schon vor mir steht? Okay, weiter. Pass. Weiter. Wo war der? Wo ist der hingegangen, Moment? Weiß, nicht oben irgendwo. Ich krieg's immer noch. Sauber, Max, das holen wir. Warte, wo hast du den geholt? Einer poppt. Ich hab einer sich gestrappt. Ja. D-Mitte down. Wollen wir B rasen? Wir fehlen hier und wir gehen aus der D-Mitte. Jetzt haben wir kaum Zeit. Ja, warte, ich schmeiß mal einen aus der B. Ja. Komm, wir gehen klein. Äh, Mitte raus einfach. Ja. Deck mich bitte. Ich leg halb. Du deckst mich rund. Schnell. Ja. Hätte der 6 down? Böhn, Max. Ich lege Standard. Bleib du im Posten in der Team mit. Ich bin im Posten. Zett ist der gleiches. Zett. Was? Raus, raus. Ich lösche ihn einmal. Max, sieben low. Sieben mal bis. Der Pop hoch. Der ist low und fast. Raste Runde, Jungs, Junge. Ja, die... Ja, Martin. Egal. Ich lege dir Aave. Schön, Martin. Krass geschnitten, ja. Ich kann auch Kläger spielen. Ich lege dir Aave, Nico. Ja. Ich kann aber keine Aave legen. Ja, Max, du sollst AK legen. Ich hab's schon gekauft. Leg David. Ist gelegt. Nimm die Bombe bitte, Max. Ja, hab ich. Wurdest du eben an der Bosi gesehen? Ganz links? David? Ja, ich denke mal, ja. Also du standest da, ja? Du hast dich nicht bewegt. Jo. Keine Ahnung. Die such dir ne andere Aave-Posi. Sorry. Nicht gedacht, dass da einer hinzieht. Ne, er war halt schon... Die haben Digles. Digles. Digles, T-Mitte. Brauch Hilfe, Max. Die kann man aufgehen. Ja, T-Mitte. KG spottet einer. Hat mich gesehen wohl. Wo bist du? Wo sind die? Rechte Seite, KG. Reine Rampe war schon. Mann. Martin. Er lag um seine Glatte. Ich hab's abgezielt. Wo denn? T-Mitte. Der ist T-Mitte. Die kommt vor. Niko. Die sind Gold. Ich meinte herschleichen. Niko zieht einfach ab. Ja, KG war auch keiner. Ihr beide müsst halt kleine Rampe selber vor euch probieren. Wir gehen große. Wir gehen große Rampe. KG down. Kai war noch da. Komm mal hinter uns bitte. Da waren noch zwei Mittel. Sauber. Und jetzt raus. Alles in Mittel. Sehr gut. Das war Kai. Geh vorne. KG. Einer noch G. Maximal einer klein. Legen schnell und dann decken. Deck mal. Ja, ich musste grad in. Ich schläge. Ich schläge auch. Wer legt dir? Ich schläge jetzt noch einer. Und dann kann ich den Rest sagen. Wer legt dir? Ich schläge jetzt noch einer. Oder hab ich schon. Okay. Oh, noch irgendjemand denn? Nein. Ich glaub. Da liegt noch einer. Wir machen KG wieder das. Wir machen wieder das langsame. Puste mal. Pass auf. Es geht Mitte auf. Zwischen der 6 und kurz unter der 6 durch. Aufspot. Mhm. Aufsteht drinnen. Ich mach Pharao, ja? Nein, warte. Chill. T mit einer. Siegel wieder. Sehr gut. Good job. Ja. Bob drinnen. Unter der Leiter. Martin, du bleibst hier. Nein, ich hab den Fokus. Martin, ziel bitte links ab. Pop down. Schön. Hat der Schwager gehabt? Ja. Ich flasch gleich mit dieser Raum. Und dann rausgehen. Warte. Mach's raus. Ich geh grad zu Davids. Ich geh grad zu Davids. Team Headshot. Warte. Flasch, einer hat Hit. Auch einer Pop. Auch einer Pop. Wir gehen klein. Kommt alle zurück. Wir gehen zügig klein. Alle über große Rampe. Ich deck euch Tim. Ey, Leute. Ey, was denn? Keine Ahnung, der muss T-Spawner 1 sein. Nein. Da haben alle gereckt. Wir haben vielleicht geupt oder so. Wo ist er denn? Ich weiß, wir sind Top-Runde, glaube ich. Ja, lass gar nicht. Komm, wir sind Top-Runde. Komm, wir sind Top-Runde. Pass mal auf, hinter uns. Wer denkt hinter uns? Ich. Gut. Da war auf jeden Fall ein Step. Eine Waffe. Get right. Einer get right. Und einer Z. Get right immer noch. Einer nach 2. Halbernd weiter machen. Kommt sich an der 3. Und noch 3. Z. Get right. 10 Sekunden, Nico. 15 Sekunden. Einer z. hinter dir. Bombekatz und Kick. Zeit. Steht dir Zeit? 6, 5, 4, 3. Egal, guter Plan. Ähm. Ja, David, die haben dich geup'd. Deswegen... Aber wieso hört man das nicht? Deswegen geh an die scheiß Treppe. Man deckt vorne von der scheiß Treppe. Man muss doch ne gute DSM-Toli da suchen können. Das ist ja schwer, einen abzudecken. Wieso? Ich hab von der DSM-Kurs ihn geholt. Und hab dann verschoben. Äh, sag wie wir kaufen. Ähm. Mach auf. Mit V-Bestimmt. Ey. Warten. Ja, ich kaufen. Sorry. Warten, Max. Tauschen. Könnt ihr jetzt mal bitte Fokus haben, ja? Ja, echt, Mann. Da hab ich so schwer sein. Das ist ein bisschen zu konzentrieren, jetzt zu ne Stunde. Die hat kein PCV gespielt. Pass auf, Nico, bist alleine. Kannst du weiter machen? Ja, warte. Kannst du Bumble? Molotow am Kopf, glaub ich. Molotow, Pop, oder? Ah, sprint, sprint! Erste Ding hinter diesen... T-Meter. Ich seh'n. Ecker Flash. Ich seh'n. Ist wieder raus. Down. Sehr gut. Ist der T-Meter raus? KG, Molotow. Einer steht am Taps. Wir gehen klein. Komm zurück. Ich flash mit da einmal auf... Versuch die Karate einmal zu picken. Du musst die Bombe maten. Flash Bank. Geht auch. Sau gut. Gas. Gas. David. Werde hinten, ich muss Bumblee legen. Ich mach ihn hin. Smoked, wer kann. David ist gleich hin. Base down. Nice. Ich lege. Tetra... Schönes Gas, David. Weiter, weiter, weiter. Er ist leise. Das ist so unbekannt. Kann Hirons sein. Wir können CD spawnen. Hirons. Er spawnen. CD spawnen. Ich hab den. Ich bin hinter dem. Wo ist er denn jetzt genau? Der hat eine kleine Rampe. Kann man sich das wollen. Ist er schon draußen oder was? Nee. Ich glaub, er ist der nicht. Ich bin gerade über Switch gelaufen. Ich bin über Switch. Einer ist bei der Bombe, ja. Ich bin bei der Bombe, ja. Sicher ist der Bumble. Nee, nee, ist nicht sicher. Ich höre die Steps halt über die ganze Zeit. Egal, ich fette rum nicht. Schön, David. Wichtig. Ich glaub, die sind ja wo auch jetzt. Wichtig. 7,5 Surprise, Simon, ehrlich. Brauchte. Ich hab gelegts. Ich hab gelegts. Hat er hier Ingo die X oder hast du schlecht gespielt? Nein, war unglaublich X. Er hat mir so geflasht. Ich wusste halt, dass er ist. Geh mit Prefire rum und der gibt mir halt noch Feuer. Ich versuch mal Superschlades mit dir. Mhm. Aber pass auf, er... Also... Ja, gut. Es zieht immer einer vom KG meistens. Äh... Okay, schlafen, schlafen. Deck dich ein bisschen, Nico. Das ist ein zweit KG. Ähm... Flasher mal. Boosten sich da immer oder so. Nade mal nicht. Aave! Aave! Aave, zurück! Ich hab jetzt vom Nade. Mach längst, mach längst. Komm zurück, Johannes. Äh... Ey, da! Wie kackt du sich denn immer? Ich weiß... Ja, ich kann nix machen dagegen. Ja, dann werd ich auf die Klappe zum Abzielen. Ja. Dann hab ich ja Pop nicht. Ja, dann scheiß auf Pop. Äh... Der ist vor, ja Pop hoch. Es gibt Schlimmeres. Ich zieh mit KG mit dem Arm. Weg! Nicht ploppen! Machen wir jetzt. Ja, dann werd ich abzielen. Wir machen nochmal sowas. Ach, Schildertaufbau. Geh mit HE. KG nix. Pop off. Eine Pop off, ja. Ja, lass vor, denn mein KG ist nichts. Ich mach Pharao. Ich hab keinen KG gesehen von Ding. Du warst zu weit, Pharao. Ich... Ganz ehrlich, ich guck jetzt ab und zu dieses ab. Dann sieht er dich nicht. Machen die eigentlich auch nicht in der Waffenrunde, oder? Geh du, Fokus gegen Dingens. Taps. Low, low, low. Bleib allein, nein. Kartiert. Ding, low. Sauber. KG raus, geh raus. Bleib ruhig, halt raus. Taps. Ne, Spot, Spot. Standard Blend. Oder der MTW. Standard Blend. MTW. Ich bin Pop raus. MTW und Spot, oder was? Ja. 2 Decks. 2 MTW. 2 MTW. 2 MTW. Der wird Overhaul kommt wahrscheinlich. Tapsen warte noch. David macht NPW. Ja, Switch auch rein. Fuck man, ich ihn hab. Hätten wir es ein bisschen slow gespielt. Nein, nein, nein. Max, wenn Max den Puck im MTW hat und der war nicht unmöglich, ist die Runde gewonnen. Okay. War vom Timing gut, oder? Kannst du switchen? Ja. Aber mit. Ja. Wir spielen das weiter so. Wenn wir noch 2-3 Runden holen, dann sind wir weiter so. War jetzt wieder nicht schlecht. Wir hätten aber, glaub ich, zurückgehen sollen, Martin. Weil wir haben den First-Wett... Der wäre hier aufgekommen. Ich wäre auch so gut, dass die W wieder. Passt, passt jetzt. Aber, sie hat die Runde auch geholt. Ich HE! Ich HE! Der nix. Konntest du durch die HE smoke gucken? Nein. Der ist links. Ich darf links HE. Er kann durch den. Ich denke, der ist wieder auf der 6. Der spielt nicht. Der hat wieder geschlossen. Grenade out! Ah, da ist Tapsen, David. Ihr seid zu zweit, KG. Ja, lass uns dann klein gehen, einfach. Alle kleine Rampe. David hat Fokus auf große. Und, ähm... David, geh schonmal alleine für dich. Wie weit bist du? Spaudertorf haben KG geschissen. Ich hab Kassel übernommen. Grundlinie A, will? Komm, KG, weiter. Wir gehen alle kleine Rampe raus. Nico, du ziehst wieder Z, okay? Z? Ja, warte, 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 warte. Also dann, wenn du da bist. Ja. Komm jetzt, wir müssen raus Tapsen. Wir gehen einfach so. Get right. Get right. Ich bin totes Gold. Immer noch get right. Z? Z? Boah, boah, boah! Nach einer Spot, nach einer Spot. Spot low. Geht am Spot. Ich hab vier. Gold, Alter. High ramp, einer. Get right. Koffertschäden, einer. Halt vor. Am Spot. Am Spot. Mann, der geht nicht. Ja, ich hab gefehlt, Alter. Bob has been defused. The terrorists win. Ähm. Ich code. Beine Spar machen, ja. Aber ich leg eine P250. An irgendjemanden, der kein Geld dafür hat. So, ich nehm. Wollen wir einfach mal B überfahren suchen? Lass einfach mit, wir gehen einfach mit raus, alle. Ich popp noch jemand anders. Und die anderen drei Teammittel. Warte Team mit dem Miniman. Warte Team mit dem Miniman. Wenn nichts ist, jetzt raus. Und der Gold. Okay, das ist nicht scheiße. Auf der Sext. Der war rechts. Und Z. Auf der Sext noch. Kommt noch, kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Daumen an. Immer noch Z. Und Spot. Spot in der Roval. Roval. Ja, ich weiß nicht, ob ich den gelten. Links hinter der Waffe. Hinter der Waffe. Hinter der Waffe. Hinter der Waffe. Rechts gesteppt, ne. Fuck. Schade, Mann. So eine Granate macht, das war noch mal zu Schande, ey. Ich lege Aave, Nico. Gegen. Probier mal KG holen, ja? Soll ich außerdem bitte raus? Ich brauche eine Aave. Ey, ich habe eine Aave nicht. Jemand hat eine Aave geklaut. Jemand hat die Aave. Okay, nein, die liegt hier noch. Gut. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, wir machen es nicht mehr. Der steht immer auf der 6. Pop wieder auf, pop wieder auf. Immer. Der steht immer auf der 6. Stand der Pop drinnen? Ja, fast immer. Dann versuche ich, ich flash die jetzt raus und dann versuche ich ihn zu holen, okay? Ja. Der steht zweimal. Flashbank. Let's throw in the flashbank. Der steht am Kacken. Ey, ich sehe ihn nicht. Der ist oben auf der 6. Ja, ich sehe, ich habe einer P. Mann. Max, der geht da mit hoch und der war da oben. Da bin ich gesehen. Ich bin ganz rausgegangen. Ja. Dann geh auf die Leiter hoch. Ja, klar. Und der Pop einer, no. Wo bist du? T Mitte. Ich versuche, wir einen Flash zu machen. Ja, einer auf der 6, einer. Molotow T Mitte. Wo bist du? T Mitte. Okay, ich flash jetzt raus, ich z. Warte, da ist Molotow. Ich smoke auch, ey. Ich smoke jetzt z und flashe, bitte. Ich geh nicht 6 vor, ich geh hinter... E-Kasten. Auf 6. Auf 6. Auf 6. Können wir mal irgendwie mit einem Pop und Mitte rausgehen? Oder zumindest da einnehmen, weil die stehen immer Pop und Mitte irgendwie so auf und dann ficken wir die einfach. Okay, wir machen das jetzt einfach. Die Pop-Spieler gehen... Oh, ich habe eine, zwei Flashes. Ja, wir kaufen. Ich habe eine Flash. Und wenn ich sage, gehen Max und Dingens noch jemand, Mitte raus und noch zwei gehen Pop raus. Okay, Pop. Ja, eine Bombe im IT-Mitte. Ich kann gegen, oder? Nein, wir bleiben zwei Mitte, drei Mitte, zwei Pop. Gut. Geh mit dir. Geh vorne, bitte hin, Nico. Ich flash jetzt. Ich flash jetzt raus. Nico rennt rechts raus. Max, du machst mit der Leiter, okay? Alle bereit? Ja, warte, warte, Nico. Pop-Flash. Der zählt auf. Go, Pop-Flash. Mit der Flash kommt. Go, go. Rauch, wir stellen down. Grundlinie. Lave, KG. Wie viel bei euch? Z1 auf. Z, Molotow. Die kleinen legen, ja? Ja. Ich komm mit. Z down. Ich geh Z jetzt zurück. Parader Z. Parader Z. Bleib oben High-Ramp oder so. Z. Andere Switch. Switch. Die High-Ramp. Versteck mich hinter der Eins. Ich komm von hinten. Kleine Rampe. Kleine Rampe vorne. Get right gleich. Down. Letzte Arve. Ich nehm die Arve mit. Wenn ich die kriege. Ja, hab mich gut. Easy. Easy. Cheesy, Mann. Geht man zu viel Geld und will mir eine legen? Ich kann. Ich kann legen. Ich hab schon. Okay. Danke. Mit Dich immer, Tapsen. Tapsen und ich KG und die anderen drei, ihr versucht gleich klein zu kontakten. Du hast Bommel, Mann. Ja, sorry. Ich denk nochmal kurz mit. Ja, gib mir. Oder gib da. Ja, leg da hin. Ich nehm sie gleich mit. Ich nehm sie gleich mit. Die spielen gleich vor uns und tassen uns vor, ja? Dann gebt euch ne Flash. Niko, gebt Flash und ihr beide geht runter. Ja. Wo soll ich flashen? Nice, David. Hat der gekauft? Ne. War Kleinspieler, ne? Ja. Ich seh keinen Martin. Ich zieh links, du rechts. Ja. Wir warten ab. T-Mitte. Zwei. Noch einer. Da ist noch einer Pro, glaub ich. Ich komm zu T-Mitte. David lass runter, oder? Ja. Wir gehen jetzt aufs Klein, Jungs. Warte, nein, nein. Aufs Weiß. David weg, David weg. David weg. Da war nichts. Da ist es. Einer T-Mitte down. Hat low. Hat mega low. Da kam einer. Ich will mal oben gehen. Ja. MTW letzte. Ich bin schon T-Mitte wahrscheinlich. Wegstandards am Klein. Bleib oben, Niko. Ja. Z. 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 Ich hab die K-A-L gar nicht gefunden, Leute. Kann mir jemand einen Autosniper legen von euch? Ja. Ich kann. Ich leg eine AK. Oh, liegt Autosniper? Was kau ich denn? Da liegt ne SSG oder so. Ja, ich hab die. Oh, ne. Ich brauche einen Autosniper. Da liegt er. Ich geh Pop raus und probier Mitte irgendwie. Ja, ich mach Schlepp. Der erste sofort Pop raus, bitte. Was mach ich? Geh einfach mit Gas. Zieh damit Autosniper, mach Crack. Äh, AWP auf Spot. Und einer vorne. Gas, geh raus, geh raus. KG, einer. Grundlinie. Max, komm. Ich flash einmal. Ne, ich flash nicht. Ne, neben Switch, neben Switch. Ein AWP Spot down. Auch immer neben Switch. Ein AWP Spot down. Auch immer neben Switch. Grundlinie down. Ich bin CT- Grundlinie durch. A und Skandad. Pop decken, Martin. Du. Zieh die Base. Ja, zieh die Base. Zieh die Base. Ich geh auf die 5. Ich deck 5. Ist da nicht 5 Vorgang? Immer noch zieh die Base. 1 Shot. Er hat uns gegolzt. Ey. Da passt der an mir wieder. Der kassiert hat. Der Tor mit deiner Autosniper. Da haben wir den alten Martin. Den UV-E-Martin. D-E-Martin oder was? Mhm. Warum geht's denn so schnell los? Geht los, ne? So, jetzt daran denken bitte. Ähm. Was die spielen, ne? David vor allem. Go. Ist nicht live. Nicht live. Tapsen. Tapsen. Tapsen, pass auf. Macht Screenshots. Hat jemand einen Screen? Ja, ich hab einen. Ich hab auch einen. Fett. Auf was nicht aufpassen? Ja, dass die nicht klein überfahren. Wenn die das nicht machen und das auf dem Stream gehört haben, werden die einfach Public-Kleinoaschen. Und das ist zwar schwierig für dich, aber... Ich mach das schon gut. Tapsen ist das noch klein. Lass im Cup letztes Mal, ey. Wuh. Tapsilicious. Auf geht's jetzt. Auf geht's jetzt. Wie gesagt. Versteck dich lieber im Spot und fight hier nicht, dass du einfach in die Bombe holst. David. David. Fack Spanns jetzt ein. Ey, ich hab Piping, Mann. Lass mich durch. Ich muss die Irre-Frau ist. Ja, die machen das. Flash einmal weit. David, du darfst nicht hin. Ich bin MTW. Ich bin Z. Top run. Eine halbe Sechs. Einer schon vor, Pop. Lamp. Oh, Mann. Einer rein. Fett down. Kick me over all. Einer in Pop rein. MTW down. Einer in Pop. Noch einer. Noch einer da. Pop. Pop low. Geht ran. Defused einer. Beide Pop. Beide Pop. Ey, warte mal kurz. Das kann nicht Spaß sein. Warte. Warte. Tapsen. Also ich lese, was ich geschrieben hab. Ey, fetter Retake. Aber ich seh dich nicht. Ey, du mir nicht auf Spot. Du bist bei mir hinten. Ne, ich bin auf Spot. Oh. Gut. Ja, fetter Retake. Wer war das? Tapsen wieder mit krasser Augen, ne? Go jetzt. Grab your gear. Let's go. Pass mal B auf, bitte. Tapsen. Irgendwie wegen Pingen gucken. Ja. Pass mal auf dein Appell. Tapsen ist immer noch FK. Ja, ich schon bis zum Ramp. Ich komm zu B. Ja, ich komm zu B. Die Mitte sehe ich mich. Ich geh jetzt zu B. Kleine Spunk. Ich zieh kleine Ramp im Nico. Kleine Spunk. Kleine Spunk. Eine High Ramp. Kleine Ramp. Die kleine Ramp. High Ramp drei Lauf. Bomber, Bomber. Fire in the hole. Nade. Machst du bitte nicht wegen. Bomber down. Bomber down. Letzter hinter drei. Okay, die können es auf jeden Fall kaufen, ja? Hat die Block, oder? Die haben diesen gleichen Go, ja? Max jetzt aufpassen. Die werden die, glaube ich, spielen wieder. Diesen A-Split. Ja, ich hab jetzt. Nico, bleib hinterm Spot. Bleib hinterm Spot, ja? Nico, bleib hinterm Spot. Ja. Und fiel die ganze Zeit nur gegen Pop. Ja. Ja. Weil die smoke da halt. Ja. Aber die haben Invite. Bei dem gut smoken die, glaube ich, nicht. Also vielleicht kriegst du es. Wenn nix, dann musst du einfach durch die über die 5 ziehen, ja? Ja, die machen das. Mitte gesmoked. Ich geh MTW. Da hab ich wieder seine Posi. Ich hab MTW. Nichts raus. Pake vielleicht. Bitte raus jetzt. Bin gekauft. MTW noch nichts. Ich hab MTW. Topzup down. Einer auf MTW. Einer auf 6. Noch einer hinterm Spot. Einer hinter 6. Noch low. Noch low. Roam mit mega low. Top rein. Ich flash in. T-Mitte. Noch 6. T-Mitte. Einer im Pop. Topzup. Topsum. Bombay. Down. Bombay down im Pop. Letzter bei T-Mitte. Letzter bei T-Mitte. Ist immer noch T-Mitte. Er hat auch gute Hits von mir auf jeden. Raus. Bombay liegt immer noch im Pop. Ich ziel hinter 6. Er geht nicht raus. Er chillt. Er geht wahrscheinlich im Pop rein. Topsum geh ruhig im Pop. Ja. Mindestens 50 hat weniger. Er kann T-Mitte nicht raus, um was ich sehe. Ich ziel auch T-Mitte von Z. Ja. Er kann nicht KG kommen, keiner jetzt. Ich geh näher ran, ich geh zum Spot. Ja. T-Mitte. Och. Geist doch drauf. Weltklasse gedefft ihr uns. Bitte Runde. Ein Drop bitte. Hat schon. Kauft Kitz Jungs. Kauft Molotow. Ich steh wieder mit gedruckner Molotow für Mitte dann im MTB. Ich geh KG Mitte. Okay dann bleib ich klein als Supporter. Ach. Throwing Smoke. B. Ich smoke immer. Pop. Ruhe. Ruhe. Stop Pop. Bin mir nicht sicher. Ich steh wieder Higharm. Mach du Lowarm bitte. Hier vom alten Spot. Pop. Smoke hier. Raus. Higharm raus. Higharm raus. Higharm. 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 Hier schon. Rein wieder. Ich hab 2-3 hits. Er ist weg. Blackwalls. Ich hab Higharm. Wow. Die erste kleine Rampe ist Blackwalls zurück. Auf die Bommel die kleine Rampe. Ja sie liegt kleine. Ich hab Pop. Da ist Pop raus. Ja Blackwalls. Offen Pop. Ey. Macht safe Jungs. Wir sind am Spot jetzt hinter der 6. Jetzt am Spot. David warte. Ich mein's. Wenn du stirbst. Er ist Pop. Er ist Pop. Er ist Pop. Er ist Pop wieder weg. Richtung A. Safe Call. Richtung T bitte. Ja Z hat Nico. Ist er die Bombe? Nein. Nein. Bomb nicht an der Rampe. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Der Elko kann man schon mal safe warten. Team Soul. Das war auch nicht der Elko. Der Elko kann man schon mal safe warten. Die haben gekauft das. Ich hab Vaya Kars getötet. Keine Ahnung was ihr meint. Ich hab. Ja der hatte halt das 10 AP der Typ man. Das kann von der letzte Runde gewesen sein. Mhm. Dann tut's mir leid. Nein ich hab letzte Runde. Ja dann tut's mir leid. Ich brauch Schieber. Ich smoke ihn wieder. Smoke. Mit dann noch nichts raus. Pop gegen Molotov. Gelegen wir Molotov wenn meiner weg ist. Molotov Pop oder wo? Ja. Molotov Wann? Jetzt. Molotov kommt. White Walls frei. KG. Black Walls auch frei. Bin auch geil. KG raus. Einer KG daumen. Ich weiß nicht ob der noch. Ich flashe KG. Ich bin im KG drin. Da ist nicht mehr. Die haben gegen schon. Die ist schon on side. Die kommt's halt schon. 5. Noch einer in der 6. Noch einer in der 6. Einer in der 6. Einer pop down. Einer pop down. Einer pop. Der im Z. Ja. Der anritten pop. Bis alleine. Ach man. Nice save. Die nächste Runde gar kein Cash. falsch. Darf ich die Runde holen? Ja. Soll ich den dann kaufen eigentlich? Nein, wir spielen die restlichen Spahn. Wir müssen die so zwei mal sparen. Geheil. Auf. Mach dir alle groß. Ja. Smoke hier. Mach bitte KG so. Ich bin im Pop drin. Ich bin im Pop drin. Keiner. Ich bin im Pop drin. Er ist kleine Rampe schon. Auf der Leiter ist er. Hier kleine Rampe. Rechts raus. Rechts schon. White was zurück. T-Mitte was. KG kommt was. T-Mitte. Flash aber T-Mitte. Flash klein. Ich hab grad KG nicht, na. Können aber jetzt nicht kommen. Top oben was. T-Mitte Flash. Hier ganz viele Smogs machen hier auch. Ja. Hier war nichts. Ey. Top. Bombe da auch am Pop. T-Mitte noch einer. T-Mitte. Raus. Ich bin neben T-Mitte. Ich bin neben T-Mitte. Du schluss Pop. Mann. Letzter. Bombe liegt am Pop. Rechts vorm Pop liegt die Bombe. Und jetzt hinter der 6. Jetzt hinter dem Spot am Tapsen. Genau jetzt am Tapsen. tint. Hör. 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 Hör... Hör. 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 Hör ich jetzt. Könnt ihr dir entgegenschleichen. Mach auf der Prost. Du hast zu suchen. Du hast zu suchen. Es war leider nicht auf die drauf. aber ich glaube das war krass man das war halt wirklich krass ich geh z mit ab aber nur weil ich deren laufwege kenne und das ist eure motivation ich hab sie so gefickt aber dann doch nicht innen innen Arm kein raushung ich molle das nicht Vibe. Und die Wir sind gegen den Mini-Posten. Du hast es noch hinter zurückflissen. Ich guck halt mal ein paar Demos. Ey, ich verkaufe Klusse. Ja raus. Man bist doch ein dummer Spieler. Du bist wie ihr mit Huren sehn. Was sagst du denn? Kann man die Opfer gleich? Kann man schon. schon ich habe noch alles ernst was nico sagt mit der smoke ja wieder den komischen aufersmoke ich halte molotov für für mitte ich schieb gut in ihr altes bot ob sich noch nicht schieb wieder den kleinen jungs ja wir halten groß versprochen wenn max so braucht was ist das nicht mit dir ist der brownwollstabson mach du kleine bitte ich habe keine molotov ja dann ist recht ein bisschen eklat ja dann flasch ich dir verdammt er steht halt hinten an die rolle kommt eh nicht golden nichts gesehen kämpft noch ein guter molotov martin der war gut ich bin nur overall und ich glaube die machen ingo ja ich seh halt nichts mehr das ist halt so obvies mann ja klar team mit der arve team mit der arve letzter mit dem minibot muss er melde laufen er saft terrorbase er saft nicht terrorbase er macht einfach zu gut am kleinen der tapps noch nicht einfach sie macht einfach bei 10 minuten nichts mehr können wir gleich das war einfach so obvies alter ich zieh die runde mal kg max ich zieh die runde kg du zielst ja ich hab autosniper ich zieh kurz Mitte und dann autosniper und dann kg wieder gesmoked alles Mitte raus molotov geschmissen ich verschiebt von innen einer auf ist nur einer oder so noch einer pop pop down einer Mitte down letzter ne entweder pop down what war's das? ich weiß nicht nein nein ich brauch eine noch kann wir noch jemand autosniper legen nico ja ich leg dir hab schon von mir kriegst du keiner für diesen spruch brauchst wer? äh komm mit letzter und der ace max das ist der krasse spieler den ich kenne ja jetzt hast du dir jetzt verständlich gemacht das gibt's kein ace ich geh jetzt kg raus sterbe 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 sinnlos innen oder? weiß ich nicht hol pop raus auf pop down uah ich hab one shot einer gas klein einer gas klein kleinen rampe raus schon alleine rest frei ich zieh große oder was ey cool bleiben jungen bleib doch jungen bleib okay ich bleib hier ein einer spot down uah kg da hat mega no hp kann der mit bombe klein gehen oder die die pop pop oben riecht richtung b tapsen gegen meine inhalte tapsen gegen meine inhalte große rampe große rampe kommt zoomless headshot matten lass ihn rein mach er kommt auf der head tschuldigung ja schlagst du ihn jetzt im jump komm hey mach einer screen mach einer screen mach einer screen schlag 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 schlag